Beinarbeit, schön flockig. Komm, rüber. Beinarbeit, Beinarbeit. Quan Fu ist der Fitnesstrainer von Felix Langberg. Gut, gutes Tempo, Felix. Noch kein Untergefallen. Komm, komm, komm. Mach dich lang, mach dich lang, großer. Gut, dann, Felix. Gelb. Beinarbeit, Schnelligkeit, Explosivkraft wollen wir trainieren. Nicht nur das Boxen ist wichtig, sondern auch die Athletik. Die Beweglichkeit, die Koalition, die Kraft, das Tempo. Und, ready? Let's go. Komm, 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 mehr Bumms, mehr Bumms, Felix, komm. Gut, Junge. Komm, gute Beinarbeit, schön eng durch die Kurven. Fu ist Trainer, Heilpraktiker und Physiotherapeut. Ich bin nie verletzt, ich bin in dieser ganzen Phase als Profiboxer nicht einmal verletzt gewesen, weil ich jede Woche von Quan behandelt werde. Das ist echt klasse. Auch Langbergs Frau Kim trainiert mit, ist topfit. Gutes Tempo. Gelb. Gut, Kim. Empfindet mancher Leistungssportler das Fitnesstraining als Qual? Komm, 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 komm. Und rum. Geradeaus durch. Geht es Felix Langberg mit Freude an. Durchlaufen, durchlaufen. Ich bin einfach ein euphorischer, gut gelaunter, energiereicher Mensch und das macht sich im Sport auch bemerkbar. Ohne Sport kann ich gar nicht, auch wenn ich im Urlaub bin, wenn ich drei Tage keinen Sport mache, dann kannst du mit mir nichts mehr anfangen. Ich brauche Sport zu meinem Leben, das gehört dazu. Jetzt komm, ich hab Bock. Am Ende jeder Einheit ein kleiner Wettbewerb. Drei, zwei, eins und los. Heute Tic-Tac-Toe. Drei Hütchen müssen in einer Reihe liegen. Überleg, gut. Ah, Kim, nicht aufgepasst. Ach nee, ich hab Blaugherr. Ah, Kim. Den einen hätte ich gleich rüberlegen müssen. Sieger Felix Langberg. Wie im Ring, so auf dem Platz. Und ein Ausblick auf den 18. Juni. Ich bin niemand, der versucht, den Kampf schön über die Runden zu boxen. Wenn ich eine Chance sehe, jemanden auszunocken, dann mache ich das auch. Und da werde ich bei diesem Kampf natürlich auch nichts anbrennen lassen. Wenn sich da die Chance ergibt, bringe ich das Ding zu Ende. Der Gewinner ist Felix Langberg. Fitness und strategische Übersicht stimmen. Der 18. Juni kann kommen. Boxen am 18.06. hier in der Stadthalle in Rostock. Ich werde da sein. Ich hoffe, ihr auch.